Das ist echt ätzend. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich gebe dir heute acht Bereiche an die Hand, mit denen du kranke Kühe sicher erkennen kannst. Das, was wir wollen, ist ja eine gesunde, leistungsfähige Kuh. Es gibt aber immer wieder kritische Phasen im Leben einer Kuh, zum Beispiel um die Kalbung herum. Eine besonders intensive Stresssituation. Und nach der Kalbung kommen oft die Probleme, die auch teilweise schon provoziert wurden in einem Bereich davor. Das fängt ja auch mit den Trockenstellen an und mit der Laktation davor oder mit der Aufzucht. Ich möchte dir heute einfach mal acht Bereiche nennen, auf die du achten kannst, damit du kranke Kühe erkennst. Die Grundvoraussetzung, damit dieses gelingt, ist das Bewusstsein, dass es wichtig ist, zu agieren und nicht zu reagieren. Und die Aufmerksamkeit hochzuhalten, wenn man an einem Tier ist. Also das habe ich mal wieder festgestellt, gerade wenn ich viel um die Ohren habe, dass dann diese Aufmerksamkeit nachlässt. Und ich nicht so genau hingucke und dann denke ich manchmal, oh Mensch, das hast du doch eigentlich, das hast du doch ein bisschen wahrgenommen. Das, was mit dem Tier nicht so ganz stimmt. Aber du hast nicht reagiert. Und dann kriegt man die Quittung ein, zwei Tage später. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist echt ätzend. Ich denke, dass man da einfach versuchen kann, gute Bedingungen zu schaffen, dass genügend Zeit zu melken ist, dass man sich immer wieder bewusst macht, wie wichtig das ist, aufs Tier zu schauen oder dass man sich Checklisten macht. Und deswegen auch jetzt diese acht Punkte. Erster Punkt, Verhalten der Kuh. Wenn eine Kuh schwer gekalbt hat, dann ist es schon mal wichtig, dass sie auf der Aufmerksamkeitsskala nach oben kommt. Dass man dann sich einträgt, in meinen Wegen in einen Kalender oder ins Kuhprogramm oder wenn das nächste Mal der Tierarzt kommt, dass sie dann mit vorgestellt wird und die Gebärmutter zum Beispiel kontrolliert wird. Und auch, dass man halt die nächsten Tage Fieber misst, um zu gucken, dass die Kuh auch richtig in Schwung kommt, dass sie auch wieder gut ins Fressen kommt. Denn zum Verhalten der Kuh gehört auch, wenn sie so anteilslos ist und nicht so aufmerksam. Gerade für aufmerksame Melker interessant und alle, die es werden wollen, wenn eine Kuh mal ganz am Ende vom Melken kommt und die sonst immer viel früher war. Welchen Grund hat das? Hat die was mit den Füßen oder hat die eine Labmagenverlagerung oder bullt sie? Wobei, dann kommen sie meistens eher am Anfang statt am Ende. Ja, genau. Aber das ist einfach auf das Verhalten vom Tier zu achten. Gut, das war Punkt eins. Zweiter Punkt, Futteraufnahme. Die Futteraufnahme ist die Grundlage für den ganzen Stoffwechsel. Ohne dem läuft nichts. Und da macht es Sinn, auch mal auf die Hungergrube zu gucken. Die ist an der linken Seite von der Kuh. Und dann kann man sehen, wie weit die eingefallen ist. Da gibt es auch so einen Score von 1 bis 5. Dass jemand ein Gefühl kriegt dafür, wie satt sind die Kühe eigentlich? Wie tief ist diese Hungerkohle? Man sagt auch, wenn man an der linken Seite hinten oben am Tier so ein Dreieck sieht, dann sagt man immer, das war ein Dreieck. Weil dann, dieses Dreieck sieht man nur gut, wenn der Magen ganz leer ist. Also, das ist immer ein ganz gutes Indiz dafür. Und das zu beobachten, gerade auch nach der Zeit, nach der Kalbung. Weiter geht es mit der Schrotaufnahme. Ideal ist natürlich, wenn ihr mit Transponderfütterung arbeitet, dass ihr dann auch zeitnah immer die Meldungen abarbeitet. Und das, wenn Tiere weniger Schrot fressen, woran das liegt. Haben sie, ja, was ist da los? Pult ist hier oder ist irgendeine Krankheit da? Weiterer Punkt, Punkt 3, die Augen. Gerötete Augen oder auch eingefallene Augen. Oder ich finde auch, an den Augen erkennt man auch, ob so ein Tier da ist oder ob das anteilslos ist. Ich hatte es allerdings auch schon gehabt, da waren gerötete Augen, Fieber gemessen und geguckt und nichts gefunden. Gibt es auch mal, aber dennoch. Das ist ein Indiz dafür, dass da was nicht stimmt. Und bei all den Punkten, die ich jetzt sage, ist es halt so, gerade wenn mehrere Punkte zutreffen, dann ist da was. Dann müsst ihr da ran und herausfinden, was los ist. Vierter Punkt, die Füße, die Klauen. Funktioniert der Bewegungsapparat? Also macht sie gleich große Schritte oder sind einzelne Schritte verkürzt? Hebt sie manchmal das Bein? Dann gehört die Kuh auf den Klauenstand. Dann gehört die fachgerecht untergeguckt. Wenn rechtzeitig ein Klotz geklebt wird, dann ist die Chance, dass es gut wird, so groß. Und wenn dann noch eine Woche gewartet wird, dann ist es schwierig. Und da geht es auch darum, Klauen kompetent zu werden. Also auf jedem Betrieb sollte irgendwer sein, der da richtig fit ist, mit den Füßen. Der dann spontan eine Kuh auf den Klauenstand nehmen kann und das fachgerecht durchführen kann, die Klauenpflege. Das ist ein Ausbildungsberuf. Das sind drei Jahre, die das lernen im Prinzip. Also das ist nicht so, dass man das einmal macht. Man kann einmal so einen Minikurs machen und dann sich da rantasten und dann immer besser werden. Aber da denke ich, da sollte man gucken, wer ist derjenige, wo ist die höchste Klauenkompetenz? Wo kann ich das am besten lernen? Das ist auch noch so eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe, da herauszufinden, wo sind da die Unterschiede zwischen guter und schlechter Klauenpflege und wo sind die besten Lehrer? Denn da sehe ich noch ganz viel Potenzial auf den Höfen. Das ist auch, denke ich, wichtig für die Maker. Das sollte nicht nur einer machen. Dass die auch auf die Füße gucken, was da mit in den Füßen ist. Und dann die Information weiterleiten und dass da was dann passiert. Denn wenn die schlechte Füße haben, wird weniger gefressen und die ganze Spirale nach unten kommt in Gang. Dann kommen wir zum fünften Punkt. Die Temperatur. Das billigste Mittel, um herauszufinden, ob was nicht stimmt. Einfachste Sache, total gut messbar. Da ist nichts mit Einschätzen von Score. Da kriegst du ein Ergebnis. Schwarz auf Weiß. Die Kuh hat die und die Temperatur. Das Fiebermessen soll auch richtig gemacht werden. Wie man auch mit mehreren Leuten gut kommunizieren kann. Welche Kuh welche Temperatur hat. Dazu mache ich nochmal eine extra Folge. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Bei Kühen sollte man natürlich den Temperaturbereich kennen. Der Normalbereich ist 38 bis 39 Grad. Der erhöhte Bereich ist 39,1 bis 39,3. So hohe Temperatur ist ab 39,4. Dann ist Handeln angesagt. Denn sollte herausgefunden werden, was da los ist. Bei Untertemperatur kann das immer ein Anzeichen sein von Milchfieber oder auch von Labmagenverlagerung. Natürlich auch schon manches Mal, dass sie dann mit der Temperatur runtergehen. Wenn wir ganz weniger Stoffwechsel haben, ist halt auch weniger Temperatur im Spiel. Gut. Dann zu Punkt 6. Die Euterkontrolle. Sprich, ganz klar, das ist der Scheimtest. Und auch, ist das Euter warm? Ist das gerötet? Sind die Zitzen in Ordnung? Wie ist die Zitzenkondition? Für mich gehört da auch zu gucken ums Euter herum. Ist da vielleicht so ein Schenkelekzem? Oder so in der Mitte vom Euter. Dass man da wirklich genau hinguckt und mal hinfasst und guckt, ob das da feucht, warm, gammlig ist. Und reagiert werden muss. Falls ihr Probleme mit Eutergesundheit habt, verlinke ich euch nochmal eine Folge, wo ich 8 Tipps gegeben habe, wie ich meine Zellzahl dauerhaft senken konnte. Nun sind wir auch schon bei Punkt 7. Gebärmutterkontrolle. Nach dem Kalben ist eine hohe Gefahr von Infektionen. Dann kann es eine Gebärmutterentzündung geben. Eine Metritis. Und ja, das fängt schon damit an, geht die Nachgeburt gut ab. Da ist besonders darauf zu achten, schnell dabei zu sein. Schnell zu gucken, ob das in Ordnung ist. Wir haben so eine Schranke vor der Gebärmutter. Und das Antibiotika, das man gegebenenfalls einsetzen kann, das wirkt halt nach dem Kalben am besten. So nach 14 Tagen nach dem Kalben wird das schon deutlich weniger. Die Schranke, die geht immer weiter zu. Und dann kommt da in der Gebärmutter nichts an. Und deswegen macht das Sinn zu sehen, dass man schnell dabei ist. Außerdem ist es ja auch ungeheuer schmerzhaft. Da macht es auch immer Sinn, nach dem Geruch zu gucken. Also man kann sich das vom Tierarzt zeigen lassen, wie man so eine Gebärmutterkontrolle macht. Dass man selber reinfasst und guckt, sind da noch Fetzen? Oder auch mal nur reinfühlen und ein bisschen Schleim rausholen. Dann dran riechen. Ist das gammlig? Riecht das eklig? Stinkt das oder stinkt es nicht? Das ist immer das beste Indiz bei der Gebärmutterkontrolle, ob alles okay ist, ob es stinkt oder nicht. Genau, und das kann auch später auftreffen. Das kann erst mal nach der Kalbung gut sein. Und dann, ja, zwei, drei Wochen später merkt man das dann erst. Jetzt, dass da was im Busch ist, weil die Kuh einfach nach hinten zu ist. Dann ist da noch Reste drin geblieben, die gammeln. Und dann entzündet sich das alles, dann kriegt sie hohe Temperatur. Und man riecht das gar nicht. Man muss schon ganz dicht rangehen oder halt reinfühlen und gucken. Wenn man dann Fieber hat, einige Wochen nach der Kalbung, Gebärmutter, ist immer eine wichtige Kontrolle, ob das die Ursache ist. Nun kommt Punkt 8. Das sind die Milchinhaltsstoffe. Da ist besonders auch der Fetteiweiß-Kotient interessant, ob die Kuh in eine Ketose gerät. Vielleicht mache ich nochmal eine extra Folge über Ketose und über Ketose-Messgeräte. Da habe ich mich auch schon mit beschäftigt. Das ist einfach extrem ärgerlich, wenn so ein Tier Tag für Tag mehr abbaut. Und das könnte ich also wunderbar schleichend machen, dass du das nicht mitkriegst, wenn du da nicht explizit drauf achtest. Und dann irgendwann guckst du dir das Tier an und denkst, Mensch, das ist aber mager. Ja, so, was ist denn mit dem Tier passiert? Ja, hat er jeden Tag ein Kilo abgenommen? Dann ist ja das Paradoxe dabei, dass das satt macht. Also je mehr man in der Ketose steckt, je weniger Hungergefühl ist da. Je weniger frisst das Tier, je weiter rutscht es in das Synergiedefizit. Dann wird die Ketose immer schlimmer. Da ist halt der Fetteiweiß-Kotient einfach ein guter Maßstab. Also wenn du über 1,4, 1,5 beim Fetteiweiß-Kotient bist, dann solltest du unbedingt Ketose testen. Und da empfehle ich auch immer den Bluttest. Aber dazu kommt nochmal eine separate Folge, vielleicht auch mal ein YouTube-Video. Das muss ich mal sehen, wann ich das schaffe. Aber da möchte ich auf jeden Fall nochmal ran, weil das einfach ein spannendes Thema ist. Und dann natürlich auch die Zellzahl bei den Inhaltsstoffen. So möchte ich nochmal die 8 auflisten. Die wichtig sind, damit du kranke Kühe erkennst. Grundsätzlich gilt die Aufmerksamkeit, gilt es hochzuhalten und das Bewusstsein bei den Mitarbeitern zu schärfen, wie wichtig es ist, kranke Kühe rechtzeitig zu erkennen und da etwas gegen zu steuern. Das ist immer effizienter, früh dabei zu sein und es früh zu erkennen. Und da lohnt es sich Zeit, Geld und Know-how zu investieren, damit alle auf dem Hof da mitmachen und auf die Kühe Acht geben und die Aufmerksamkeit hochhalten, dass nichts, möglichst wenig übersehen wird. Punkt 1, Verhalten der Kuh. Dazu gehört Kalbeverlauf, wie gibt sie sich, kommt sie später als sonst in Melkstand, solche Geschichten, wie ist ihre Aufmerksamkeit, hängen die Ohren, sowas. Punkt 1, Futteraufnahme. Da kann man gucken, frisst das Tier, geht es zum Fressen, Hungergrube, so eine Geschichte, ist sie stark ausgebildet. Und ja, auch die Schrotaufnahme. Zur Futteraufnahme habe ich auch eine Folge verlinkt. Dritter Punkt, die Augen. Sind die eingefallen, sind die gerötet? Vierter Punkt, die Füße. Wie ist der Gang der Kuh? Hebt sie den Fuß, ist sie lahm, werde klauenkompetent. Fünfter Punkt, die Temperatur. Das einfühligste und begünstigste Mittel ist das Fieberthermometer, um zu gucken, wo geht es mit der Gesundheit vom Tier hin. Das ist so eine gut investierte Zeit, da ein bisschen Zeit für jeden Tag zu verwenden, um mal hier und da Fieber zu messen. Am besten natürlich mit System. Sechster Punkt, ist die Euterkontrolle. Scheimtest machen, wie ist die Zitzenkondition, sind da Schenkeleck 10. Beim Euter. Siebter Punkt, Gebärmutterkontrolle. Da ist es wichtig, sich die Fähigkeiten anzueignen, so eine Gebärmutterkontrolle zu machen. Den Tierarzt das zu fragen. Wie geht das? Wie gehe ich am besten vor? Wie ist das mit der Hygiene dabei? Welche Möglichkeiten gibt es, das zu kontrollieren? Und worauf muss ich achten? Also, wie gesagt, mit dem Geruch, das ist immer sehr gut. Und vielleicht auch Risikokühe zu identifizieren. Und welche Maßnahmen kann man machen? Was kann man vorbeugend machen? Schnackt mit eurem Tierarzt. Vergesst nicht die Gebärmutterkontrolle. Das ist eine wichtige Sache. Das kann sonst richtig schmerzhaft sein und Leistungseinbußen verursachen. Und das Tier ist nicht richtig fit. Das ist echt ein Jammer. Wichtiges Thema. Und achter Punkt, die Milchinhaltsstoffe. Guckt auf den Pferdeiweißkotienten bei den Tieren, auf die Zellzahl. Wenn da was nicht stimmt, guckt euch das Tier genauer an. Macht einen Ketosetest. Ich hoffe, euch haben die acht Punkte weitergeholfen. Verhalten, Futteraufnahme, die Augen, die Klauen, die Temperatur, das Euter, die Gebärmutter und die Milchinhaltsstoffe. Haltet eure Aufmerksamkeit hoch. Mich würde interessieren, hat euch die Folge weitergebracht oder wusstet ihr das alles schon? Dann habt ihr irgendwie ein super geniales System bei euch integriert. Dann interessiert mich natürlich, wie macht ihr das genau? Ich will ja auch dazu lernen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache. Ich denke, da können wir immer noch weiterkommen und immer noch besser werden. Meldet euch gerne mal zurück zu dem Thema. Teilt das doch gerne. Und wenn ihr noch einen der Punkte habt, wo ihr sagt, da möchte ich noch mehr wissen zu eurem speziellen Thema, dann schreibt mir und dann werde ich mal gucken, ob ich da noch eine Folge drüber mache. Weitere Informationen zu Kuhverstand findet ihr auf kuhverstand.de. Ich bin mittlerweile auch auf Facebook und YouTube. Einfach Kuhverstand dort suchen und dann kräftig teilen, kommentieren. Das ist doch ein bisschen was in Schwung kommt. Das würde mich sehr freuen. Das motiviert mich hier, weiter dran zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören der heutigen Folge. Genießt das Leben. Habt viel Spaß. Euer Christian Völkner Das ist doch ein bisschen was in Schwung kommt.